Brenntag in Randersacker. Vor zwei Tagen hat Peter Piesch schon einen ersten Rauhbrand von seiner Pfirsichernte gemacht. Jetzt kommt der zum zweiten Mal in den Kessel für den Feinbrand. Heute konzentrieren wir die ganzen Aromen noch mal. Das ist das Schöne am ganzen Brennen, die Essenzen rauszuholen, dass man danach ... Vorher hat man halt Hunderte von Kilos an Obst. Und auch das Obst duftet immer ganz fein und gut. Aber wenn man's halt dann konzentriert im Glas hat, dann ist das schon eine ganz andere Sache. Die Anlage von Peter ist über 80 Jahre alt. Mit ihr muss er immer zweimal brennen. Inzwischen nutzt er das, um auch kleinere Fruchtmengen verarbeiten zu können. Zuerst geht's darum, dass sich der ungenießbare Methylalkohol im oberen Gefäß, dem sog. Helm, sammelt. Da, wo ich hinlangen kann und muss weg, da ist jetzt der Alkohol. Und da, wo ich noch hinlangen kann und kann draufbleiben, da ist er noch nicht. Aber hier fängt's jetzt schon an, dass er da ist. Je mehr Zeit Peter dem Vorgang lässt, desto edler nachher der Brand. Geduld ist das, was man braucht, wenn man Schnaps brennt. Das fängt ja schon bei der Ernte an. Wenn ich eine Schlähe oder Hafebutten ernt, sind mir da Stunden unterwegs. Aber das macht halt auch alles Spaß. Wegen eines einzelnen Baums kommen Peter und seine Frau Andi hierher auf den Wachtelberg. Welche Birnensorte da wächst, hat Peter bis heute nicht herausbekommen. Aber er sammelt ihr ganz eigenes Aroma in einem ersten Durchgang als Raubrand. So lange, bis der für einen Feinbrand reicht. Den Baum gibt's noch einmal. Also probiert man halt, dass man aus dem Baum einen schönen Schnaps brennt. Und vor drei Jahren so was, da hat er richtig viel getragen. Da waren alle eh 180 Kilo. Heuer sind's wieder nicht so viel. Aber wenn da wieder so ein Jahr dabei ist, dann hab ich einen Brand davon. Und das macht halt dann Spaß, wenn man aus speziellen Früchten, aus Einzelbäumen und so einen Brand hat. Schon bei der Ernte sortieren sie die Birnenstiele mit den holzigen Geschmacksnoten aus. Also wenn jetzt mal ein oder zwei Stiele dran sind, ist nicht so schlimm. Aber eigentlich wollen wir sie weg haben. Von wild aufgegangenen oder vergessenen Bäumen ernten sie die Früchte. Aber Peter und Andi haben auch mehr als 200 Bäume und 300 Büsche neu gepflanzt. Eine Streuobstwiese mit bemerkenswerten Sorten. Die Kornellkirschen sind erst reif, wenn sie richtig schwarz sind. Bei den Zypaten, einer Pflaumenart, wartet Peter, bis alle Blätter abgefallen sind. Die Speierlinge aber sind erntereif, wenn die ersten Früchte am Boden liegen. Peter hat das immer im Blick. Das ist immer der Peter der Antreiber, stimmt's, Peter? Wenn ich nachher eine Streuobstwiese kaufen will ... Ja, also ich will keine Streuobstwiese mehr. Der seltene Speierling ist eine Sorbusart. Und die findet Peter insgesamt toll. Die Elsbär oder die Eberesche, die hat auch viel Mandelanteil dabei. So Marzipan. Da möchte man sich eigentlich drin baden, so lecker sind die manchmal. Und der Speierling hat das nicht so. Der ist mehr so die Apfelart. Der ist halt einfach wilder. Vollreif sind sie eigentlich, wenn sie ein wenig so weich sind. Das Fruchtfleisch, wenn dann innen noch richtig saftig ist, dann ist das auch lecker. Dann schmeckt das aber ... Die Brennerei und das Streuobst sind seit über 30 Jahren Peters Leidenschaft. Eigentlich ist er Winzer. Zwetschgen hat auch schon sein Großvater gebrannt. Er wollte mehr. Damals hab ich mit der Schlehe angefangen. Da hat die Mutter schon immer gesagt, was willst du mit der Schlehe? Dann hab ich gesagt, wenn ich sie selber trinke. Die war auch so lecker, die war dann auch ziemlich schnell weg. Dann hab ich halt weitergemacht und noch eine andere Seite, noch eine andere Seite. Und jetzt nach 30 Jahren, jetzt hab ich 120. Einige Sorten haben fünf, sechs Jahre gebraucht, bis ich die fertig gehabt hab. Irgendwann muss man einfach anfangen, ist seine Devise. Vor gut zehn Jahren hat er deshalb die Streuobstwiese angelegt. Auch bei der jungen Eberesche wird es in diesem Jahr nicht für einen eigenen Brand reichen. Der Peter braucht halt auch immer Action. Der kommt weniger so zur Ruhe. Aber er sagt, er ist ausgeglichen. Kann ich schon bewundern. Und er ist eigentlich immer sehr gut gelaunt. Vielleicht, weil er auch an das große Ganze denkt. Ich kann mir schon vorstellen, in 30, 40 Jahren, wenn die Bäume immer so richtig schöne, knorrige, alte Bäume sind, und ich schon lange nicht mehr da bin, dass sich dann irgendjemand mal fragt, wer hat das gemacht? Na ja, das sind sozusagen meine Kinder, weil ich hab ja keine Kinder. Bis jetzt ist er einer der wenigen, der Streuobstwiesen in dem Weinort Randersacker anlegt. In sein Haus der edlen Brände bringt er ab dem Herbst bis weit in die Wintermonate immer wieder frische Früchte als Nachschub. Heute ist die Ausbeute klein, aber auch solche Mengen maischt Peter ein. Für das Kernobst nutzt er einen alten, sog. Musa. Bestimmt 25 Jahre hab ich das schon. Jetzt ist mal ein neuer Motor hingekommen, und das funktioniert noch voll. Ist klein, aber absolut effektiv. Man wird's gleich hören. Je weniger Zucker eine Frucht mitbringt, umso mehr davon braucht Peter für einen Brand. Die Früchte liegen dann mehrere Wochen auf der Maische, bis die Gärung abgeschlossen ist. Zurück zum Feinbrand. Peter legt Hartholz nach, das langsam brennt. Der ungenießbare Methylalkohol läuft schon ab. Noch wartet er auf das Stadium, in dem die Fruchtaromen am stärksten sind. Das ist jetzt die Kontrolle. Das Erste, was man sich einschenkt, damit man weiß, wie's nicht zu schmecken hat. Wenn man da jetzt rein riecht, riecht man halt Aceton, Uhu. Und die Vorlaufkomponenten, die man halt nicht im Brand hat. Beim Feinbrand muss sich Peter voll auf seine Nase verlassen, um den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Das ist noch kein Genuss. Da ist so der Umschlag von eben diesen Aceton-Uhu-Noten auf Frucht-Ester-Noten. Da ist mal ein toter Punkt. Da ist einfach mal ein Punkt, wo ich sag, jetzt ist alles neutral. Und dann schalte ich um. Ja, du musst mal kontrollieren. Jetzt geht es um Nuancen. Ja, passt schon. Finde ich. Peter ist aber offensichtlich noch nicht ganz überzeugt. Ich wart auf meinen toten Punkt. Aber die Frucht-Ester sind jetzt schon voll auch da. Der Pfirsich. Jetzt wird's neutral. Probieren wir. Stellt er zu früh um, bleibt eine schwache Klebstoff-Note. Jetzt wär ich wieder ein bisschen anderer Meinung als du. Zögert er zu lange, verliert er intensive Pfirsich-Aromen. Ich wär zufrieden. Du bist jetzt zufrieden? Okay, jetzt wird's spannend. Ich bin auch zufrieden. Jetzt riecht man auch schon Pfirsich, ne? Da bin ich auch zufrieden. Noch mal der Nase etwas frische Luft gönnen, um ja keinen Fehler zu machen. Neutral. Neutral. Alles gut. Jetzt dieser technisch sehr komplizierte Handgriff vom Umstellen von Vorlauf auf Mittellauf. Äußerst kompliziert. Der Keller, das ist Peters Schatzkammer. Hier liegen die fertigen Brände. Das ist hier mein Lebenswerk. Das sind Tausende von Arbeitsstunden. Und ich kann fast über jedes Fass irgendwas erzählen. Die Geschichten, die gehören immer zum Verkosten und runden das Gesamtbild ab. Trinken tut Peter Pisch seinen Schnaps übrigens nie beim Brennen, sondern immer erst nach dem Reifen und Filtrieren. Und dann gerät er, etwa über seine Erdbeere, ins Schwärmen. Zu wohl. Sie ist trotz ihren 45 Woll überhaupt nicht scharf. Sie ist kräftig und trotzdem fein und filigran. Also es ist ein Traum. Ich weiß, wenn jetzt jemand die Treppe runterkäme in den Keller, der wird jetzt schon die Erdbeere riechen. Die Aromen seiner Streuobstwiese werden nach und nach dazukommen. Wenn ich abends nur mal als Muse da runtergehe in den Keller und schaue mich hier um, das erfreut mich halt total. Mir macht das so viel Spaß, dass man die Aromen einfangen kann und eben auch seltene Aromen dabei hat. Und dass das alles auch noch was schmeckt. Und davon kann er sich immer wieder überzeugen, in seiner Schatzkammer der destillierten Aromen. Ich bin. 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 Ich bin.